Und dann begrüßen wir auf der Bühne die Nummer 18, Number 18, Ilyas Naya aus Germany. Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann begrüßen wir auf der Bühne die Nummer 18, Number 18, Ilyas Naya aus Germany. Und dann begrüßen wir auf der Bühne die Nummer 18, Number 18, Ilyas Naya aus Germany. Und dann begrüßen wir auf der Bühne die Nummer 18, Ilyas Naya aus Germany. Und dann begrüßen wir auf der Bühne die Nummer 61, Number 61, Edgar Hornbacher von Germany. Und dann begrüßen wir auf der Bühne die Nummer 18, Number 18, Ilyas Naya, aus Germany. Vielen Dank. 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 A quarter turn to the right, please. A quarter turn to the right. A quarter turn to the front. A quarter turn to the right. A quarter turn to the right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And your favorite pose, please. And your favorite pose, please. Thank you. Thank you. Relax, please. One minute pose, please. Thank you. 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 So thank you all of the whole items. Thank you so much. Der dritte Platz geht an die Startnummer 18, Ilyas Nadja von Germany. Wir haben die Plätze 3 und 4, bitte an zwei Schritte zurückzugehen und die beiden verbleibenden Athleten nach vorne. Der dritte Platz geht an die Startnummer 100, Justin Kranz von Germany. Der dritte Platz geht an die Startnummer 100, Justin Kranz von Germany. Der dritte Platz geht an die Startnummer 100, Justin Kranz von Germany. Der dritte Platz geht an die Startnummer 100, Justin Kranz von Germany. Der dritte Platz geht an die Startnummer 100, Justin Kranz von Germany. Der dritte Platz geht an die Startnummer 100, Justin Kranz von Germany. Der dritte Platz geht an die Startnummer 100, Justin Kranz von Germany.